Was ist das Thema der roten Kuh? Rauf und runter von dieser roten Kuh, die jetzt in Israel geschlachtet werden soll. Aber ich möchte mich heute eigentlich auf etwas ganz anderes konzentrieren. Und zwar darauf, was dieses Opfer der roten Kuh eigentlich bedeutet und wie dieser Ritus verzogen wird. Das ist etwas ganz Interessantes, weil das eigentlich neutestamentlich ist. Also meine Aussage ist ja immer die, wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, dann wird es zum Neuen Testament. Und das kann man hier eigentlich sehr, sehr schön sehen. Denn ich zeige euch auch den Text hier nach der Neuen Evangelistischen Übersetzung, die ist ein bisschen besser zu lesen. Ich habe ja immer die alte Lutherbibel, die 1912er Luther. Und die ist doch etwas schwierig zu verstehen vom Deutsch. Deswegen zeige ich euch das hier mit der Neuen Evangelistischen Übersetzung. Ich lese das einfach so durch und dann gucken wir uns mal an, was da so über diese Opfervorschriften steht und vergleichen das mal mit dem, was im Neuen Testament darüber zu finden ist. Also 4. Mose 19, Vers 1, Jahwe sagte zu Mose und Aaron, das ist die gesetzliche Anordnung, das ist die Tora, steht da eigentlich im Grundtext. Das ist die gesetzliche Anordnung, die Jahwe erlassen hat. Er sagt den Israeliten, dass sie dir eine rote Kuh bringen oder eine rötliche Kuh, eine Ferse, ein Kälblein, ein rotes Kälblein. Eine rote Kuh bringen, die ohne Fehler ist, an der sich kein Makel findet und die noch nie ein Joch getragen hat. Diese rote Kuh, dieses rote Kälbchen ist ein Bild auf Jesus Christus. Jesus Christus wurde vor uns geopfert und sein Blut dient zur Vergebung der Sünden und auch zur Reinigung des Tempels, wie wir gleich auch nochmal sehen werden. Denn der Tempel im Neuen Testament ist die Gemeinde Jesu Christi, die Gemeinde Gottes. Das ist der Tempel, der eigentliche Tempel, der dritte Tempel, wo ich auch immer wieder auch schon mal Videos zu gemacht habe. Und hier diese rote Kuh ohne Fehler und ohne Makel, das ist ein Bild auf die Sündlosigkeit Jesu Christi. In Hebräer 9, Vers 13, da steht, das ist interessant, weil da im Neuen Testament auch diese rote Kuh erwähnt wird. Das sagt euch aber auch niemand im Internet. Es geht immer darum, dass diese roten Kühe jetzt an Israel geopfert werden. Und dass Israel jetzt dabei ist, da einen Tempel zu bauen. Und das ist alles irdisch. Das sind irdische Dinge. Da versucht man mit den irdischen Augen irgendwas zu sehen und glaubt jetzt, dass Israel da den Tempel baut und der Antichrist sich da reinsetzt. Das ist nicht notwendig und auch nicht gewollt in der Heilsgeschichte Gottes. Im Neuen Testament steht, dass die Gemeinde Jesu ein Tempel ist. Petrus sagt, er baut euch als lebendige Steine. Und Paulus schreibt immer vom Tempel Gottes, wenn er die Gemeinde Jesu meint. Und die Gemeinde Jesu ist auch dieser dritte Tempel. Und das, was da im Internet kolportiert wird, da geht es eigentlich immer um Sichtbare und um Israel. Und die würden den Tempel bauen, da würde sich der Antichrist da reinsetzen. Schaut euch, wenn euch das interessiert, meine Videos dazu an zum dritten Tempel. Da kann man eigentlich sehen, dass der dritte Tempel abgeschlossen wird mit der Wiedergeburt Jerusalems in der letzten Zeit. Und dann bekommt das auch alles Ordnung und Struktur und auch Sinn. Also jetzt zu Hebräer 9, Vers 13. Da steht, denn wenn der Ochsen und der Böcke Blut und die Asche von der Kuh, das ist diese rote Kuh aus 4. Mose 19, gesprengt heiligt die Unreinen zu der leiblichen Reinigkeit, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Also der Hebräerbrief, der sagt, wenn schon im Alten Testament das Blut der Tiere zur leiblichen Reinigkeit gedient hat, wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi dienen zur ewigen Reinigkeit, zur ewigen Rechtfertigung vor Gott. Und da zitiert er dann hier auch in Vers 14, Entschuldigung, in Vers 13 von der Asche der Kuh, von der Asche dieser rötischen Kuh aus dem Alten Testament. Und er sagt und bringt das in Verbindung, diese rote junge Kuh ohne Fehler und ohne Makel, mit der Sündlosigkeit Christi. Er sagt, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl, ohne allen Makel und ohne jeglichen Fehler Gott geopfert hat, reinigen, die, die an ihn glauben. Das heißt also, diese rote Kuh ist ein Bild auf Jesus Christus. Und das öffnet natürlich jetzt, ich sag mal, die Möglichkeit, diesen Opferritus auch zu deuten, und zwar zu deuten auf das, was Christus getan hat. Dann geht es weiter hier in 4. Mose 19, Vers 3. Übergebt sie, also übergebt diese Kuh, dem Priester Eleazar. Der Eleazar, das war der Sohn von Aaron und der war hier als Priester eingesetzt. Und dieser Priester Eleazar soll sie vor das Lager führen, also außerhalb des Lagers wird die Kuh dann geschlachtet. Und man soll sie dort in seiner Gegenwart schlachten. Christus ist geopfert außerhalb des Lagers, das sagt der Hebräer auch in Kapitel 13. Darum hat auch Jesus, auf das er heiligte, das Volk durch sein eigen Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nicht zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Das heißt also, Christus hat gelitten und ist geopfert worden draußen vor dem Tor, vor dem Tor der Stadt von Jerusalem. Und das ist schon angedeutet hier in diesem alttestamentlichen Bild. Übergibt diese rote junge Kuh, dem Priester Eleazar und der soll sie vor das Lager führen, außerhalb des Lagers. Und man soll sie dort in seiner Gegenwart schlachten. Dann soll der Priester Eleazar mit dem Finger von ihrem Blut siebenmal etwas in Richtung auf die Vorderseite des Zeltes der Gottesbegegnung hin sprengen. Das heißt also, der Priester soll mit seinem Finger von dem Blut der geschlachteten Kuh das Zelt der Gottesbegegnung, das ist die Stiftshütte, das soll er damit reinigen. Und das heißt also, dass die Stiftshütte mit dem Blut dieser geschlachteten Kuh kultisch gereinigt wird und besprengt wird. Das ist das Blut im übertragenen Sinn, das Blut Jesu Christi, das reinigt den Tempel Gottes. Das Blut Jesu Christi reinigt die Gemeinde Jesu. Das ist hier schon in diesem alttestamentlichen Opferritus angedeutet. Man muss natürlich verstehen, auch für uns europäische Ohren, die wir heute sehr weit entfernt sind von diesen archaischen Gesellschaften, in denen Opferriten und Tieropfer an der Tagesordnung gewesen sind. Für uns klingt das etwas brutal, aber man muss sich ein bisschen in diese Zeit hineinversetzen. Das sind archaische Gesellschaften mit Opferriten, die vor sehr langer Zeit schon eingesetzt und angeordnet gewesen sind von Gott und die auch ihre Berechtigung einfach haben, weil die Zeiten damals auch so gewesen sind. Im Neuen Testament ist das alles in Christus in Erfüllung gegangen. Dann steht in Vers 5, anschließend soll man die junge Kuh vor seinen Augen verbrennen und zwar komplett. Ihr Fell, ihr Fleisch, ihr Blut und den Inhalt des Magens soll man verbrennen. Das heißt, die ganze Kuh wird komplett verbrannt werden. Das ist eigentlich ein Bild darauf, dass Christus als Ganzopfer gebracht wurde. Auch wieder Hebräer 9, dann in Vers 11. Christus aber ist gekommen, dass er sei ein hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch eine größere und vollkommenere Hütte, also einen größeren und vollkommeneren Tempel, die nicht mit der Hand gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch der Böcker- oder Kälberblut, sondern durch sein Eigenblut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung gefunden. Christus ist also als Ganzopfer dargebracht worden, so wie dieses rote Kälbchen dann im Alten Testament auch. Auch das ist ein Vorbild auf das Ganzopfer Christi auf Golgatha. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt steht hier, in dieses Feuer hinein, wo also diese Kuh verbrannt wird, soll der Priester Zedernholz, Üsop und Karmesin werfen. Also Zedernholz ist klar, Üsop war eine Pflanze aus dem Nahen Osten, die so ungefähr 60 bis 80 Zentimeter lang wurde und mit der im priesterlichen Dienst auch Aussätzige gereinigt wurden. Mit dem Üsop wurde Blut gesprengt, da wurde heiliges Wasser gesprengt, zum Beispiel das Wasser von der roten Kuh. Also Zedernholz, Üsop und Karmesin. Karmesin ist rote Wolle, ja rötliche Wolle. Das sind Symbole der Priesterschaft, der alttestamentlichen Priesterschaft, der aronitisch-levitischen Priesterschaft. Also man sieht auch nachher nochmal im Text, dann soll ein reiner Mann ein Üsop-Buschel in die Hand nehmen, ihn in das Wasser eintauchen und damit das Zelt und die Gefäße und die Menschen, die dort gewesen sind, besprengen. Das heißt, der Üsop wurde zusammen mit dem Holz und mit dem Karmesin für priesterliche Dienste verwendet. Und dieses Symbol der Priesterschaft soll in dieses Feuer hineingeworfen werden und mit verbrannt werden. Das bedeutet, dass die aronitisch-levitische Priesterschaft dann zu Ende kommt, wenn dieses Opfer gebracht wird, dieses wahrhaftige Opfer. Wenn Christus geopfert wird als der letzten Erfüllung für dieses Opfer der rötlichen Kuh, dann wird auch das Priestertum beendet sein, das alttestamentliche Priestertum, weil das wird hier verbrannt. Und in dieses Feuer hinein soll der Priester Zedernholz, Üsop und Karmesin werfen. Dann können wir sagen, wie in Hebräern 7, Vers 12 steht, wo das Priestertum sich geändert hat, da muss auch das Gesetz verändert werden. Das heißt, das Priestertum Aarons und Levis ist beendet und das Priestertum Jesu Christi hat begonnen. Und das wird symbolisiert dadurch, dass in dieses Feuer hinein, wo die rote Kuh mit verbrannt wird, der Priester Zedernholz, Üsop und Karmesin werfen soll. Also es ist auch da angedeutet, dass das Priestertum des alten Bundes dann beendet wird, wenn Christus geopfert wird. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir leben in einem neuen Priestertum. Wir leben nicht mehr im Priestertum Aarons und Levis. Und deswegen gilt für uns auch ein neues Gesetz. Und zwar nicht das Gesetz vom Sinai, sondern das Gesetz des Geistes. Das geht alles aus diesen Opfervorschriften hervor. Das ist also etwas ganz Großartiges, was man hier findet. Und das sagt euch niemand. Ihr bekommt immer irgendwo die Information, dass in Israel jetzt da von irgendeinem Texaner Kühe genmanipuliert gezüchtet wurden. Jetzt ist da auch noch Christ. Das ist ja ein Gäu, der ist ja überhaupt nicht rein. Darf der das überhaupt? Sind die Kühe dann überhaupt rein? Das sind alles so Fragen, die alle nicht geklärt sind. Und da wird ein Aufstand im Internet drum gemacht. Aber wer legt das eigentlich mal aus? Worum es hier wirklich auch geht, da hört man gar nichts von im Internet. Gut, das Erstaunliche ist, dass der Priester, wenn er diese Reinigung macht oder wenn er diese Kuh darbringt, dass er selber dabei verunreinigt wird. Da steht in Vers 7, dann soll der Priester seine Kleidung waschen und sich mit Wasser übergießen. Danach darf er ins Lager zurückgehen. Er wird aber bis zum Abend unrein bleiben. Das heißt, der Priester Eleazar wird bei diesem Ritus, den er hier vollbringt, selber unrein. Und das ist ein Bild darauf, dass Christus zur Sünde gemacht wurde. Das heißt also, Christus wurde auf Golgatha zur Sünde gemacht. So wird auch hier der hohe Priester unrein durch diesen Ritus, den er hier vollbringt. Und die Schlange, die Mose in der Wüste erhöht hat, ist ja ein Bild auf Golgatha. Und dort wird eine Schlange erhöht. Warum? Weil Christus zur Sünde gemacht wurde, personifiziert zur Sünde. Und Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir würden in ihm, in Christus, weil wir in Christus sind, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das ist auch hier in diesem Priesterritus schon angedeutet. Das liegt da schon keimhaft drin. Ich lese das nochmal vor. Dann soll der Priester seine Kleidung waschen und sich mit Wasser übergießen. Danach darf er ins Lager zurückgehen. Er wird aber bis zum Abend unrein bleiben. Der Priester verunreinigt sich also bei dieser priesterlichen Handlung. Vers 8, auch derjenige, der die Kuh verbrannt hat, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser übergießen. Auch er wird bis zum Abend unrein sein. Das heißt also, der Priester und der, der die Kuh verbrannt hat, werden beide an diesem Opferritus unrein und brauchen selber auch dann wieder kultische Reinigung, sollen sich mit Wasser übergießen. Vers 9, jemand, der rein ist, soll dann die Asche der jungen Kuh einsammeln und dann einen reinen Platz außerhalb vom Lager bringen. Dort soll die Asche für die Gemeinschaft der Israeliten aufbewahrt werden. Denn sie ist für das Reinigungswasser bestimmt. Es ist ein Sündopfer. Es ist ein Sündopfer und damit ist es auch ein Vorbild für Christus, der auf Golgatha für unsere Sünde gestorben ist und auferstanden ist und wiederkommen wird. Vers 10 steht, derjenige, der die Asche der jungen Kuh eingesammelt hat, soll seine Kleidung waschen. Er wird bis zum Abend unrein sein. Und das soll eine immerwährende Ordnung sein für die Israeliten und die Fremden bei ihnen. Das ist eine immerwährende Ordnung. Das ist eine Ordnung, die ist vorgeschattet worden im Alten Testament und die ist Wesenheit geworden in Christus für alle, die glauben. Dann steht hier Vers 11, wer einen Toten berührt, den Leichnam eines Menschen, wird für sieben Tage unrein sein. Am dritten Tag soll er sich mit Wasser entsündigen und wird dann am siebten Tag rein sein. Wenn er das nicht tut, wird er auch am siebten Tag nicht rein werden. Das ist ein interessantes Bild. Also jemand, der einen Toten berührt, den Leichnam eines Menschen, der wird für sieben Tage unrein sein. Er soll sich am dritten Tage mit Wasser entsündigen. Das heißt, er wird am dritten Tage schon entsündigt, aber am siebten Tag wird er erst rein sein. Das sagt diese Opfervorschrift. Und das ist auch bei uns so. Wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus, dann haben wir Vergebung unserer Sünden. Aber rein werden wir erst in der Vollendung, wenn wir entrückt werden, wenn wir diesen Leib hier zurücklassen, den Leib der Sünde, den irdischen Leib, den äußeren Menschen, den alten Menschen, den Menschen in Adam. Und wenn unser neuer Mensch entrückt wird und bei Christus sein wird, wenn diese Füllezahl erreicht, nicht ist von sieben Tagen. Das heißt also, wir sind auch am dritten Tage gereinigt worden durch den Glauben, aber wir sind immer noch nach unserer irdischen Natur Sünder. Wir sind immer noch unrein. Aber wenn, ich sage mal in Anführungsstrichen, am siebten Tag, wenn die Woche abgelaufen ist, wenn der siebte Tag kommt, wenn wir bei Christus sein werden, dann werden wir endgültig auch rein sein. Das heißt also, diese Opfervorschrift, die hier für den gilt, der sich verunreinigt hat an einem Toten, in diesem Bild in 4. Mose 19, ist auch ein Bild auf unsere Situation. Das heißt, da könnte man den ganzen Galaterbrief raus predigen aus diesem Vers 12 in 4. Mose 19. Am dritten Tag soll er sich mit diesem Wasser entzündigen und wird dann am siebten Tag rein sein. Wenn er das nicht tut, also wenn er sich nicht am dritten Tag mit Wasser reinigt, dann wird er auch am siebten Tag nicht rein werden. Das heißt also, jemand, der sich nicht bekehrt, der nicht umkehrt zu Jesus Christus, der nicht seine Sünden bekennt vor Christus und sich mit Wasser des Geistes wäscht und rein wird, der wird auch, wenn die Zeit dann da sein wird, dass die Gemeinde entdrückt wird, nicht dabei sein. Das ist etwas, da geht es um Rettung und Verlorenheit. Das steht alles in diesem Bild von dieser Opferung der roten Kuh drin. Also da ist so viel an, da ist ja Christus drin. Da ist drin, dass Christus zur Sünde gemacht wurde. Da ist drin, dass er dieses Opfer der roten Kuh selbst ist, dass er das erfüllt hat. Da ist drin, dass das Priestertum beendet ist. Da ist eigentlich auch alter und neuer Mensch drin. Da ist die Rechtfertigung in Christus drin. Da ist die Erlösung drin am Ende der Zeit. Das ist alles in diesem Opferritus drin. Das ist unglaublich. Warum spricht da niemand von? Das ist ja neues Testament, was wir hier finden bei diesem Opfer der rötlichen Kuh. Dann geht es weiter in Vers 14. Folgendes Gesetz gilt, wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt. Und dann kommt Vers 16. Das gilt das Gesetz, das für jemanden gilt, der auf dem freien Feld unrein wird. Also jemand, der in einem Haus unrein wird oder im freien Feld. Folgendes Gesetz gilt, wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt. Doppelpunkt, jeder, der dieses Zelt betritt und jeder, der sich darin befindet, wird für sieben Tage unrein sein. Jedes offene Gefäß, auf dem kein Deckel festgebunden ist, wird unrein sein. Das ist auch erstaunlich. Ein Mensch, der unter Christus ist, der hat eine Macht auf dem Haupt, sagt Paulus. Das ist jetzt schwierig zu verstehen. Der ist unter Christus. Der ist nicht mehr offen für alle spirituellen und spiritistischen Einflüsse in der Welt, sondern der hat sich begeben unter Christus und der ist ein verschlossenes Gefäß, weil der sich nicht mehr den Geistesmächten dieser Welt irgendwo öffnet und den Einflüssen der Welt, sondern der ist versiegelt, der ist verschlossen unter Christus, durch Gottes Geist und dem wird auch irgendwelche Geistesrichtungen nichts anhaben können. Aber die Gefäße, die noch offen sind, die Menschen, die nicht unter Christus sind, die nicht versiegelt sind in Christus mit Gottes Geist, die werden unrein werden dadurch. Das ist erstaunlich, was in diesem gleichnishaften Opfer alles enthalten ist. Also wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt, wird jeder, der dieses Zelt betritt und jeder, der sich darin befindet, für sieben Tage unrein sein. Jedes offene Gefäß, auf dem kein Deckel festgebunden ist, wird unrein sein. Und jeder, der auf dem freien Feld einen berührt, der mit dem Schwert erschlagen wurde oder ein Verstorbener oder die Knochen eines Menschen oder ein Grab anrührt, wird auch für sieben Tage unrein sein. Um die Unreinheit zu beseitigen, nehmt ihr etwas Asche des verbrannten Sündopfers in ein Gefäß und gießt frisches Wasser darüber, fließendes Wasser. Also nicht Wasser aus einer Zisterne, sondern Quellwasser, lebendiges Wasser. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Geist Gottes, der uns reinigt durch Christus oder Christus, der sich geopfert hat durch den ewigen Geist, sagt der Hebräerbrief. So wird diese Unreinheit beseitigt. Fast könnte man sagen, jemand, der sich in einem Zelt verunreinigt, das ist, oder in einem Haus verunreinigt, das ist wie das Haus Israel. Das gilt für Israel. Und wer sich auf dem freien Feld verunreinigt, das ist außerhalb von Israel, ist bei den Nationen, bei den Heidenvölkern. Und sie alle brauchen Erlösung. Israel braucht die gleiche Erlösung wie die Heiden. Und die Heidenvölker, die Nationen der Welt, brauchen die gleiche Erlösung wie Israel. Und das ist allein in Jesus Christus, der für uns geopfert wurde. Auch das kann man hier finden. Vers 18 steht dann, dann soll ein reiner Mann ein Üsorbüschlein sein, in die Hand nehmen, ihn in das Wasser eintauchen und damit das Zelt, die Gefäße und die Menschen, die dort gewesen sind, besprengen. Auch die Person, die die Knochen oder den Erschlagenen, den Verstorbenen oder das Grab berührt hat. Ein Reiner soll den Unreinen am dritten und am siebten Tag besprengen und ihn so entsündigen. Das ist ein Bild auf unsere Bekehrung und auf unsere endgültige Erlösung. Die Erlösung dieses Leibes. Dieser soll dann seine Kleidung waschen und sich mit Wasser übergießen. Am Abend wird er dann rein sein. Wenn aber jemand unrein wird und sich nicht entsündigt, ein solcher Mensch muss von der Gemeinschaft beseitigt werden, denn er hat das Heiligtum Jahwes unrein gemacht. Es ist kein Reinigungswasser auf ihn gesprengt worden. Er ist unrein. Er ist und bleibt unrein, steht in anderen Übersetzungen. Das ist das große Problem der Judenheit, der orthodoxen Juden, insbesondere auch der ultraorthodoxen, also aller, die nach diesem Gesetz leben. Denn dieser Vers 20 sagt, wenn sie sich nicht entsündigen, jetzt mal in ganz irdischer Disziplin gedacht, ja, in jüdischer, in jüdischer, konkreter Disziplin, dadurch, dass sie keine rote Kuh haben, keine Asche einer verbrannten Kuh, die sie mit Wasser irgendwo anwenden könnten für ihre kultische Reinigkeit, sind sie nach ihrem eigenen Verständnis unrein. Sie sind nicht rein und das seit 2000 Jahren nicht. Das sagt das Gesetz und sie können auch alles Mögliche da erklären oder das weg erklären. Sie haben keinen Priester, sie haben keine rote Kuh. Ich rede jetzt ganz irdisch, ja, und alttestamentlich in jüdischer Denkweise, ja, sie haben keine Asche einer roten Kuh, sie können sich nicht reinigen. Damit sind sie unrein. Und eigentlich müssten sie ausrufen, unrein, unrein. Das kann nicht Gottes Volk sein, ja. Gottes Volk ist rein. Warum? Naja, weil Gottes Volk glaubt. Wenn Gottes Volk an Jesus Christus glaubt, dann sind alle, die, die an Jesus glauben, sind rein in Christus. Das sagt das Neue Testament, ja. Weil Jesus die Erfüllung ist, dieses Opfers dieser roten, dieser rötlichen Kuh. Alle, die an Jesus glauben, haben also, haben einen hohen Priester, haben einen Tempel, haben ein Opfer, haben Reinigung. Wir haben alles das in Christus und alle Juden könnten das auch haben, wenn sie denn an Jesus glauben würden. Aber stattdessen importieren sie genmanipulierte Kühe aus Texas von einem Christen, zusammengebaut, muss man ja sagen, genomisch, ja, und versuchen, das jetzt irgendwie zu opfern. Das geht so sehr an Gottes Willen und Wesen vorbei, wie man es kaum anders beschreiben kann. Und bei den Juden kann ich das ja noch verstehen. Aber dass evangelikale und christliche Pastoren das nicht aufklären und nicht dazu stehen, das kann ich nicht verstehen, ja. Dass das nicht von ihnen erklärt wird, dass das nicht klargestellt wird. Und es ist so, wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, wird es zum Neuen Testament. Und das sehen wir sehr, sehr schön hier an diesem Gleichnis hier oder an dieser Opfervorschrift für die rötliche Kuh, die ein Gleichnis ist für das Opfer Jesu Christi. Und da ist so sehr viel Neutestamentliches drin, das ist unglaublich, ja. Vers 21 steht, das soll eine immerwährende Ordnung für sie sein. Das ist immer wahr in Christus, ja. Auch der, der das Reinigungswasser versprengt hat, soll seine Kleidung waschen. Und wer mit dem Reinigungswasser in Berührung kommt, ist bis zum Abend unrein. Alles, was ein Unreiner berührt, wird unrein sein. Und wer einen Unreinen berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Also alles, was ein Unreiner berührt, wird unrein. Der mit dem Reinigungswasser in Berührung kommt, ist bis zum Abend unrein. Wer einen Unreinen berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Und es gibt alle möglichen anderen Dinge, wo diese Unreinheit an den Menschen anhaftet und anklebt, so wie das Gesetz hier sagt, dass man überhaupt nichts Reines mehr findet. Dass eigentlich jeder irgendwie unrein wird und jeder Vergebung bräuchte. Das Gesetz treibt in eine Sackgasse. Das Gesetz treibt den Menschen eigentlich zu Christus. Denn das Gesetz zeigt, dass man, dass alle unrein sind. Ob sie im Zelt sind oder auf dem freien Feld, ob sie angerührt worden sind von einem Unreinen oder ob sie selber einen Unreinen angerührt haben. Das heißt, immer wenn ein Jude einem Nichtjuden die Hand gibt, dann verunreinigt er sich eigentlich kultisch in deren Verständnis. Das heißt also, diese Unreinigkeit, die ist wie wie Pech und Schwefel, das an einem klebt. Und dass man weitergibt, wie eine Infektion, die man weitergibt und wo man sich überhaupt nicht vor schützen kann. Außer wenn man dieses Wasser, dieses Kälbchen hätte. Und die Erfüllung dieser Vorschrift ist und bleibt Jesus Christus, der sich ohne Fehl geopfert hat, der ein neues Priestertum begonnen hat. In diesem Beispiel ist drin, dass Christus zur Sünde gemacht worden ist auf Golgatha. Da ist drin, dass das Priestertum beendet wurde, weil ja Usopp und Zedernholz und diese rote Wolle mit verbrannt wurden. Da ist drin, die Rechtfertigung durch den Glauben und die endgültige Rechtfertigung bei unseres Leibes Erlösung. Da ist drin, dass alle Welt schuldig ist, dass alle Welt sündig ist, dass alle Welt unrein ist und alle Weltreinigung braucht in Christus. Das ist so etwas Großes, was man da finden kann und eigentlich kann man da den ganzen Römerbrief und den Galaterbrief und den Epheserbrief, das kann man alles aus diesem Gleichnis der roten Kuh ableiten. Und wenn ich das sehe und wenn ich sehe, wie viel Evangelium drin ist in dieser Opfervorschrift und ich das dann vergleiche mit dem, was im Internet kursiert, dann bin ich zutiefst erschrocken. Dass christliche Pastoren nach 2000 Jahren Christenheit, nachdem uns das komplette Neue Testament vorliegt, ein paulinisches Evangelium in unseren Händen ist, dass sie dieses alttestamentische Opfer reduzieren auf das, was in Israel passiert und was die Juden da machen in Verblendung und in Nichtglauben und meinen, das wäre die Erfüllung christlicher oder biblischer Prophetie. Das erschüttert mich zutiefst. Und das zeigt mir eigentlich, dass es ein Geheimnis des Abfalls gibt, wo die Christenheit plötzlich jüdisch wird. Die denkt jüdisch, die denkt irdisch, die ist irdisch gesinnt, wo die Gemeinde aber eigentlich himmlisch gesinnt sein soll. Ja, nach dem zu trachten, was droben ist, da wo unser Herr Jesus Christus ist, da wo unser Zuhause ist. Wir sollen nicht mehr leben in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten. Das ist ja das, was die Bibel uns eigentlich sagt und was die Bibel uns vorgibt. Im Kolosserbrief findet man das zum Beispiel ja auch wörtlich von Paulus ausgedrückt. Wie kann das sein, dass die Christenheit so irdisch denkt? Wie kann das sein, dass die Christenheit so irdisch gesinnt ist? Ja, das liegt daran, dass die Christenheit Gottes Geist nicht mehr hat, nicht mehr in der Fülle hat und nicht mehr versteht, worum es eigentlich im Wesentlichen geht. Nämlich nicht mehr um irdische, alttestamentliche Schattenbilder, sondern um die Wesenheit in Christus. Ich wollte euch das nur ganz kurz zeigen, wie viel Evangelium im Alten Testament ist. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. BUNDE 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 BUNDE